Ein schnelles kurzes Programmiervideo, das vom Bildschirm abgefilmt ist und das hat einen ganz bestimmten Grund, warum ich das mache, das wird man gleich sehen. Ich habe nämlich keine Aufnahmekarte und was ich hier gleich zeigen möchte, findet nicht nur im Desktop-Bereich statt, also nicht nur in der Benutzeroberfläche, sondern auch woanders. Nämlich geht es darum, wie man Grafik auf einem Rechner darstellen kann, ohne irgendeinen Browser zu benutzen oder ohne eine Benutzeroberfläche zu benutzen. Nämlich gibt es unter Linux das Gerät FB0, das ist der Frame-Buffer und das ist die Zeichenfläche, die benutzt wird, um im Textmodus, also wenn man STRG, ALT und zum Beispiel F2 drückt oder F1, die Zeichenfläche für dieses Schriftzeichen, also wenn man hier Schriftzeichen eintippt, dann wird das alles in diesen Frame-Buffer reingeschrieben. Das ist ein Arbeitsspeicherbereich, der einfach direkt hier dargestellt wird, ohne große Umwege. Und man kann in dieses Gerät reinschreiben, wenn man einen Benutzer bei Linux der Gruppe Video hinzufügt. Wie man das machen kann, muss man dann halt nachgucken oder ich erkläre es. Und dann hatte ich noch die lustige Idee für Node, das ist ein Programm, das Javascript-Dateien ausführt, ohne irgendwie selbst eine Benutzeroberfläche zu haben, mit Node in diesen Frame-Buffer reinzuschreiben. Das ist eigentlich sehr intuitiv. Also hier habe ich die Bildschirmbreite, die Bildschirmhöhe, also von der Auflösung, dann wird ein Buffer erstellt, hier im Programm selbst, also im Grunde ein Spiegelbild von diesem Frame-Buffer und der naive Vollbildansatz war dann für jedes einzelne Bild diesen Frame-Buffer direkt reinzuschreiben in diesen, also File ist hier dieser Frame-Buffer und ich habe hier verschiedene Funktionen gemacht, die man oft gebrauchen könnte. Hier habe ich zum Beispiel Wrecked, also Wrecked-Angle, das ist eine Funktion, die ein Rechteck zeichnet in diesen temporären Frame-Buffer, den ich hier im Programm drin definiert habe. Ja, und das wird tausendmal die Sekunde soll das ausgeführt werden und jedes Mal wird ein Rechteck darüber gezeichnet an einer zufälligen Stelle und dann wird noch zusätzlich alle fünf Sekunden die Farbe geändert auf eine zufällige andere Farbe. Und wie das aussieht, kann ich direkt zeigen, indem ich jetzt, also ich speichere das hier die Datei, dann gehe ich in diesen Textmodus rein und rufe hier das auf mit dem Befehl Node, dann kann man den Dateinamen dahinter angeben und Voiler, es werden diese Rechtecke gezeichnet und alle fünf Sekunden, also jetzt wird die Farbe geändert und das ist eine ganz schicke Animation. Eben, also das ist jetzt die, eine sehr generelle Implementierung, weil man jetzt hier alles Mögliche in diesen virtuellen Frame-Buffer reinmachen kann im Programm und alles, was man da dran macht, auch auf dem Bildschirm 1 zu 1 so angezeigt wird. Es gibt eine kleine Ausnahme, nämlich wird der Textcursor hier manchmal noch angezeigt. Der blinkt nämlich, man kennt ja das in dieser Ansicht hier, dieser Unterstrich, dieser kleine, das sieht man jetzt schlecht, der blinkt. Und die Änderung hier, die die Schrift macht, die werden weiterhin über diesen Frame-Buffer noch übergemacht. Deswegen sieht man hier vielleicht noch diesen kleinen blinkenden Strich. Ne, sieht man nicht. Naja, also es ist nicht ganz perfekt, aber es ist schon mal für Experimente sehr toll. Und es sieht auch ziemlich schick aus, finde ich. Ich könnte auch zum Beispiel mein Mini-Craft mit sehr wenig Aufwand direkt hier rein portieren, weil ja einfach statt in diese HTML-Canvas-Fläche das einfach in diesen Buffer hier reingeschrieben wird. Das Format ist sogar dasselbe. Also könnte ich das theoretisch machen. Das Problem ist nur, dass man hier gerade keine Eingaben hat. Das heißt, dann müsste ich noch die Maus hinzufügen und die Tasten hinzufügen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Deshalb habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Ich habe auch jetzt nicht so viel Zeit. Das ist eher eine Pausenbeschäftigung hier. Und jetzt wird für jedes einzelne Bild, also für jeden Durchgang, ein Rechteck darüber gezeichnet und der Rest so behalten. Das gesamte Bild wird also tausendmal in der Sekunde komplett neu überschrieben. Das ist etwas ineffizient für diesen Fall, weil ja der ganze Rest des Bildschirms gleich bleibt und nur dieses eine Rechteck sich ändert. Und deswegen hatte ich eben noch eine zusätzliche Idee, nämlich statt, das in diesen virtuellen Buffer reinzuschreiben, die Veränderung und dann diesen kompletten Buffer jedes Mal komplett rauszuschreiben, schreibe ich einfach für jede einzelne Zeile, für jede Linie, das direkt in diesen originalen Frame Buffer rein. Und um das zu vergleichen, kann man hier dann die andere Funktion benutzen. Also man sieht einmal hier die Funktion React mit der anderen Funktion Line. Diese Funktion hier, die zeichnet in den virtuellen Buffer rein, den ich im Programm drin habe. Und das ist jetzt die Testfunktion, die ich danach gemacht habe. Und die zeichnet jede einzelne Linie. Also die legt erstmal einen kleinen Minibuffer für diese eine Linie nur an. Also wenn man jetzt zum Beispiel 100x100 Pixel großes Rechteck hat, ist das ein 100 Bytes langes Feld mit der Farbe jeweils drin. Und diese Linie wird dann für die Anzahl der Zeilen direkt reingeschrieben in den Frame Buffer an diesen bestimmten Offset. Hier habe ich das dahinter gemacht, das heißt im Grunde mal 4, weil nämlich eine Farbe, ein Pixel besteht aus 4 Bytes. Und das ist hier die Position, das ist die Länge der Daten, die eingefügt werden soll in die Datei, also in den Buffer. Und ja, weil das Pixel sein sollen und nicht Bytes, nehme ich das mal 4. Das ist jetzt hier ein kleiner Trick, um das ein bisschen effizienter zu machen. Es werden im Grunde die Bits zwei Stellen nach links geschoben. Das vervierfacht dann. Das gleiche für den Offset in der Zieldatei, also in dem Buffer. Und der wird mit jeder Zeile einfach erhöht, um eine Pixelanzahl einer Zeile. Naja, also es ist ein Versuch, das einigermaßen effizient hier zu machen. Diese Funktion hier ist wahrscheinlich das, was am meisten Overhead hat, weil dafür halt jedes Mal Dateizugriff und sowas gemacht wird. Und ich weiß nicht, wie viel Overhead Node.js da hat für diese Funktion. Deswegen habe ich auch diese beiden Sachen zum Vergleich gemacht und war überrascht, denn ich gehe nochmal rein und starte das nochmal, das Programm. Also jetzt läuft die Variante, die den gesamten Buffer rausschreibt jedes Mal. Ich habe die CPU-Frequenz auf einen fixen Wert gesetzt, um gleich gute, zuverlässige Ergebnisse zu bekommen. Und wenn ich jetzt die CPU-Auslastung angucke, welcher von beiden ist es denn? Ach, das ist hier nicht so aussagekräftig. Node. Das ist der Prozess, der läuft. Und man sieht, die Auslastung ist jetzt gerade bei 70% etwa. 70 bis 80% für diese Variante, die den kompletten Buffer rausschreibt. Und jetzt ändere ich das mal ab. Also habe ich hier schon. Das ist übrigens ein Wortspiel aus Direct. Ja. Jetzt ändere ich das mal so, dass diese andere Funktion verwendet wird, bei der für jedes Rechteck das direkt reingeschrieben wird. Und das hier habe ich auskommentiert, also sozusagen ausgeschaltet, weil ich ja jetzt diesen Buffer aus diesem Programm gar nicht mehr komplett reinschreiben will für jedes Bild, weil das ja schon hier drin gemacht wird. Ja. Jetzt speichere ich mal. Und jetzt gucken wir mal, wie die Auslastung jetzt ist. Beenden erstmal das Programm hier. Ja. Also hier sieht man, wie das einfach direkt den gleichen Buffer benutzt. Und jetzt führe ich das nochmal aus. Und man sieht vielleicht schon, es ist deutlich schneller jetzt. Also der Bildschirm ist komplett schon gefüllt, was bei der Variante eben nicht so schnell ging. Und die CPU-Auslastung, die müsste jetzt deutlich geringer sein. Zumindest ist das das, was ich gehofft habe. Und es stimmt, es sind, das ist der Prozess hier, 28% bis 30%, 38%, 40%, 38%. Also auf jeden Fall deutlich weniger als die 70, 80% eben. Das ist schön, weil man dann für so eine Animation, für diesen Zweck hier, wo nur wenig sich verändern soll, das hier benutzen kann, um die Leistung zu erhöhen. Aber für ein Vollbildspiel, wie zum Beispiel Minicraft, also eine 3D-Animation, hat da ein ganz anderes Verhalten. Da verändert sich das Bild nämlich für jedes Einzelbild fast komplett. Es sei denn, man steht still, aber dann kann man es auch komplett überspringen. Aber jedes Mal, wenn man die Kamera bewegt, wird sich so gut wie jeder einzelne Pixel auf dem Bildschirm verändern. Und deswegen ist das für diese Bildschirmschoner-Rechteckzeichen-Anwendung so hilfreicher. Aber für ein 3D-Spiel wäre das viel zu ineffizient. Und da würde man einfach diesen internen Buffer benutzen und das jedes Mal komplett rausschreiben. Ja, das war ein kurzes und ich würde mal sagen dreckiges, da technisch dreckig umgesetztes Video. In meiner Pausenzeit muss ich betonen. Und das war's. Tschüss.